In diesem Film will ich euch den Gerhard Koren vorstellen. Der Gerhard Koren ist der Chef und der Gründer von Video2Brain und den Gerhard Koren. Den haben wir jetzt mal hier. Und der Gerhard Koren, der hat mal bei einer Produktion von einer Licht-DVD sich einen kleinen Scherz erlaubt. Und was er da gemacht hat, will ich euch jetzt sagen. Er hat das Modell angerufen bzw. die Crew und hat dafür gesorgt, dass sie mir einen Kuss gibt, live am Set. Und ich fand das damals gar nicht mal so lustig. Aber ich habe mir gedacht, der Gerhard kriegt da auch was zurück von mir. Und ich habe mich dafür für ein Geschenk entschieden. Und das Geschenk, das hole ich jetzt einfach mal. Das ist hier in meinem Rucksack. So, hier haben wir jetzt das Geschenk. Der Gerhard weiß noch nicht, was für ein Geschenk das ist. Ich halte es vielleicht erstmal in die Kamera und zeige es dann erst dem Gerhard. So, das zeige ich dir. Filme da drauf. Und ich bin gespannt, ob der Gerhard erkennt, was damit gemeint ist. Also jedes Mal, wenn ihr Filme vom Gerhard schaut, dann wird genau das passieren. Ich werde es euch gleich nochmal erklären. Aber vielleicht weiß es ja schon der Gerhard. Ich zeige es ihm jetzt einfach mal. Gerhard, kannst du damit was anfangen? Ähm, noch nicht, ne. Echt nicht? Na. Cool. Pass auf, ich erkläre es euch jetzt mal. Hier also das Geschenk für dich. Dankeschön. Und zwar, der Gerhard, wenn ihr Filme vom Gerhard seht, müsst ihr mal drauf achten. Zu 99% beginnen die mit in diesem Film. Und dann achtet mal drauf, wie viele uns da drin vorkommen. Also ich habe ja mein Markenzeichen mit dem weichen Licht. Und bei ihm ist es immer in diesem Film. Und dann, also im Schnitt zwischen 1-200 uns kommen da schon vor. Und das wollte ich nur an der Stelle mal erwähnen. Also falls ihr noch kein Video-Training von Gerhard habt, ihr müsst euch das kaufen. Und dann achtet mal drauf. Immer mit in diesem Film und dann und 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 und. Ja, und das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Dankeschön, Calvin. Aber ich hoffe, du ändert es nicht. Also mach weiter damit. Na, ich werde wahrscheinlich dann in Zukunft zu dem und darüber hinaus. Nein, Gerhard. Also ich werde schon ein bisschen dran arbeiten werden. Aber das ist schon schön. Dankeschön. Also mir reicht das, wenn er dran denkt beim nächsten Video. Wenn er dann im Hinterkopf hat so, ach stimmt, da kommt wieder dieses und, da war's ja. Oder Calvin, oh Mensch. Okay, das war's. Tschüss.